Zurück aus dem Topos hier in dem Terrassensaal des Forums. Meine Damen und Herren, der Musiker, den ich Ihnen jetzt anzusagen habe, das ist ein großes Vergnügen, diesen Mann anzusagen, denn er ist nicht nur einer der ganz großen Stilisten auf dem Altsaxofon, er ist auch ein sehr engagierter und begabter Pädagoge, der immer wieder junge Musiker in seine Band geholt hat. Musiker, die dann eine große Karriere gemacht haben. Jackie McLean. Musiker, die dann eine große Karriere machen. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Musik 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.